Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Piehole und den Raspberry Pi. Und ich weiß, es gibt schon viele Videos dazu, aber ich arbeite an einem Blogbeitrag, den du dann auch in der Videobeschreibung finden wirst, der nochmal ganz kurz zusammenfasst, wie man das als Laie auch hinbekommen kann. Das Piehole filtert grundsätzlich DNS-Abfragen. Wie das Ganze funktioniert oder was das genau heißt, möchte ich in diesem Video nicht näher erläutern. Dafür gibt es schon zu viele Videos davon. Schau einfach mal im Beitrag nach, dort wird das noch einige Male wiederholt. Im Grunde genommen hilft mir das Piehole einfach Werbung und Tracking-Dienste aus meinem Netzwerk fernzuhalten. Das heißt, ein Werbeblocker, der auch über diesen Browser hier hinausgeht. Und damit erhalten sämtliche Geräte gefilterten Internetzugang, die sich bei mir im Netzwerk befinden. Also auch mein Tablet, mein Smartphone und alle anderen Geräte. Das Piehole macht mir daraus auch wunderhübsche Grafiken. Ich sehe hier zum Beispiel die aktuellen Anfragen. Da ich ja das Piehole gerade erst installiert habe oder neu installiert habe, sind das jetzt noch sehr wenige. 453 und auch erst 14 Stück davon sind komplett blockiert. Das entspricht 3,1% und ich habe 6,5 Millionen Domains auf meiner Blog-Liste. Wie du das Ganze installierst, erfährst du jetzt in diesem Video und auch im dazu passenden Blog-Beitrag, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ich habe zum Beispiel die Seite 0898 hhh.com auf einer Blog-Liste. Diese Website beinhaltet Werbung oder irgendwelche Mailware oder was auch immer, keine Ahnung. Und ich sehe dann hier auch im Query-Log, dass diese Seite zu dieser Zeit genau blockiert wurde. Aber das betrifft nicht nur solche lustigen Seiten, sondern natürlich auch alles Mögliche, wie zum Beispiel hier die pipe.area.microsoft.com. Das ist ein Microsoft-Tracking-Dienst, der von meinem hier installierten Office-Paket von Teams und natürlich auch von OneDrive ausgeht. Grundsätzlich kann ich hier durchnavigieren und mir anschauen, welche Dienste und so weiter blockiert wurden, um herauszufinden, was denn hier so in der Gegend herumfunkt. Dabei ist auch immer der Client vermerkt. Punkt 100 heißt, das ist mein Laptop, mit dem ich das gerade aufzeichne. Das Pi-Hole ist sozusagen eine Software für den Raspberry Pi. Theoretisch könnte man es auf jedem Linux-System installieren. Der Raspberry Pi eignet sich aber am besten. Das ist ein kleiner Computer oder ein Ein-Platinen-Computer. Den bekommt man für wenig Geld im Internet oder inzwischen auch im lokalen Geschäft. Dieser wird via USB an eine Stromversorgung angehängt und der Hauptspeicher ist in Form von einer Micro-SD-Card eingelegt. Das machen wir aber jetzt alles Schritt für Schritt durch. Im Endeffekt sieht es dann so aus, dass der Raspberry Pi auf der einen Seite ist und das Gerät in der Mitte ist mein Router. Der Router, mit dem habe ich meine Verbindung zum Internet in dem Fall. Der hat nämlich auch ein Modem eingebaut und so ist mein Netzwerk aufgebaut. Wenn ich jetzt mit meinem Computer ins Internet will, dann läuft alles über den Router. Und das Problem am Ganzen ist ja, ich möchte lieber zum Beispiel Google.at eingeben, anstatt der dahinter befindlichen IP-Adresse. Die kenne ich meistens nicht auswendig, deswegen sage ich meinem Router, schau mal nach, wo Google.at so liegt. Der Router funkt ins Internet zu einem sogenannten DNS-Server. Der liefert die IP-Adresse und schmeißt mir dann sozusagen die IP zurück und ich sehe die Google-Startseite. Was aber ganz oft passiert ist, im Hintergrund werden ganz viele Seiten nachgeladen. Also ich besuche eine Website und die Website weist meinen Browser an, weitere Seiten zu öffnen. Und da ist meistens Werbung und Tracking mit dabei. Deswegen schaut das jetzt so aus. Mein Computer funkt zum Router. Der Router sagt, ich frage mal den Raspberry Pi bzw. das Piehole. Und das Piehole entscheidet dann, ob es ein OK oder ein Nicht-OK gibt. Wenn das Piehole ein OK gibt, aber die Seite nicht kennt, dann wird trotzdem ein öffentlicher DNS-Server, wie zum Beispiel der von Google selbst, eben kontaktiert. Aber alle Dinge, die bei mir blockiert werden sollen, die klammert das Piehole automatisch aus und blockiert eben diesen Internetzugriff. Nachdem man sich einen Raspberry Pi angeschafft hat oder vielleicht schon einen zu Hause hat, geht es jetzt darum, PiOS zu installieren. Das ist das passende Betriebssystem. Man könnte sich auch ein anderes installieren. Ich arbeite jedoch hier mit PiOS. Früher hieß das mal Raspbian. Es gibt inzwischen schon eine sehr, sehr elegante Software, nämlich den Pi Imager. Und dieser Raspberry Pi Imager kann automatisch das Betriebssystem auf eine Micro-SD-Karte schreiben. Das heißt, ich stecke meine Micro-SD-Karte an, so dass mein Computer das erkennt, öffne den Pi Imager, wähle das Betriebssystem im ersten Schritt aus und im zweiten Schritt die SD-Karte. Und dann klicke ich auf Write. Das läuft dann eine Zeit lang und wenn das fertig ist, muss man natürlich noch sicherstellen, dass man auch eine Verbindung dahingehend herstellen kann. Grundsätzlich kann man den Raspberry Pi ganz einfach mit Maus, Tastatur und Bildschirm direkt am Stromnetz betreiben. Das heißt, ich habe mein Netzteil, der Raspberry Pi hängt dabei. Die Geräte sind eingesteckt und ich kann ihn einfach, sagen wir, starten, sobald Strom fließt. Auf dem Bildschirm habe ich dann die Möglichkeit, diverse Befehle einzugeben und in meinem Fall ist das aber nicht möglich, weil ich einerseits keinen Bildschirm und andererseits weder Tastatur noch Maus habe. Das kann man aber umgehen. Ich kann den Raspberry Pi nämlich auch über mein Netzwerk, also über meinen WLAN-Router, ansteuern. Der Raspberry Pi ist sozusagen mit dem Router verbunden und benötigt nur einen einzigen Befehl, damit dieser SSH aktiviert. Und mit Hilfe von SSH kann ich dann von meinem Computer aus auf den Raspberry Pi zugreifen. Dafür findest du in der Videobeschreibung einen Link zu einer Datei. Das ist eine leere Datei und die nennt sich SSH. Die hat nur 1 KB, sie ist eben leer und da ist auch nichts drinnen und diese Datei kopiere ich mir und füge sie hier direkt im Boot-Ordner ein. Die ist dann da drinnen und der Raspberry Pi wird diese Datei einfach beim nächsten Starten löschen oder vielmehr beim ersten Start löschen. Diese Datei signalisiert anhand des Dateinamens dem Raspberry Pi nur, dass dieser beim Start SSH direkt aktiviert. Standardgemäß ist diese Funktion nämlich deaktiviert. Mit Hilfe von SSH kann ich dann auf den Raspberry Pi zugreifen und diesen dann jeweilig konfigurieren und Pi-Hole installieren. Um eine Verbindung zwischen meinem Computer und dem Raspberry Pi herzustellen, nutze ich nun seine IP-Adresse. Die befinden sich einfach in meinen Router-Einstellungen. Das sind die Einstellungen, die man aufruft, um zum Beispiel das WLAN-Passwort zu verändern. Dazu benötigt man die IP-Adresse des Routers und die steht meistens auf dem Router auch drauf. Und das gibt man einfach im Browser ein und landet dann auch dort, wo man die verbundenen Geräte sehen kann. Ich sehe hier fünf verschiedene Wireless-Clients. Das sind zum Beispiel mein Smartphone und so weiter und einen Wired-Client. Das ist jetzt mein Raspberry Pi und der steht auch hier, Raspberry Pi inklusive IP-Adresse, die ich mir direkt kopiere. Unter macOS kann ich im Terminal arbeiten. Wenn ich unter Windows arbeite, dann gelingt das am einfachsten mit der Software Putty. Dort ist es möglich, eine SSH-Verbindung herzustellen. Der Befehl lautet ganz einfach SSH und standardgemäß ist der Benutzername vom Raspberry bei der ersten Installation einfach Pi, Add und dann noch die IP-Adresse. Mit Enter bestätigen. Manchmal taucht auch die Meldung mit dem Fingerprint-Key auf. Hier kann ich mit Yes bestätigen. Und dann fragt er mich nach einem Passwort. Das Standard-Passwort lautet einfach Raspberry. Das gibt man ein, man sieht aber nicht, was man eingibt. Das ist aber völlig normal. Und schon bin ich hier live auf meinem Raspberry. Also hier steht jetzt Pi at Raspberry Pi und ich habe ganz normale Benutzerrechte. Damit ich nun den Raspberry Pi auch gut einsetzen kann, werde ich als allererstes mal ein Update ausführen. Dazu brauche ich sudo apt-get-update. Das sudo macht mich automatisch zum Super-User, also zum Administrator. Mit Enter bestätige ich und dann werden nochmal alle neuen Daten eingespielt. Am Rande bemerkt, man muss sich hier keine Sorgen machen, diesen Befehl sudo apt-get-update, den führt man einfach alle, sagen wir mal, alle paar Wochen aus. Und damit ist der Raspberry Pi immer am aktuellsten Stand. Man könnte auch noch den Befehl sudo apt-get-upgrade eintippen. Dann wird immer auf das aktuellste Betriebssystem abgegradet. Dort wird nochmal gefragt, ob Ja oder Nein. Mit Y kann ich Yes auswählen und mit Enter bestätigen. Und das dauert ein wenig länger als das Update, je nachdem wie lange das letzte her war. Diese beiden Befehle kann man sich merken und von Zeit zu Zeit eingeben, um eben den Raspberry Pi auf dem aktuellsten Stand zu halten. Ungefähr 80 MB werden jetzt in diesem Fall hier heruntergeladen. Das dauert je nach Internetgeschwindigkeit ein paar Sekunden. Dann wird das Ganze gelesen und eingespielt. Der Raspberry Pi ist nun fertig. Das erkennt man daran, dass hier steht Pi at Raspberry Pi, Doppelpunkt und so weiter. Das heißt, alle Befehle davor wurden nun ausgeführt. Das kann beim ersten Mal doch ein paar Minuten dauern. Bei mir waren es jetzt so 5-6 Minuten und jetzt ist der Raspberry Pi am aktuellsten Stand der Dinge. Er hat ein Update und ein Upgrade ausgeführt. Was jetzt folgt, ist ein Schritt, der nicht zwingend notwendig ist, denn ich möchte gern das Standardpasswort ändern. Der Raspberry Pi hat ja das Standardpasswort Raspberry und das ist mir ein wenig zu unsicher, sollte sich mal doch jemand in mein Netzwerk verehren. Dazu gebe ich mal sudo raspi-config ein und dadurch lande ich dann auf dieser Seite automatisch und hier kann ich verschiedene Dinge einstellen. Unter raspi-config gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Performance zu verändern. Also ich könnte beispielsweise den Prozessor übertakten, aber ich möchte jetzt nur in den Systemoptions mit Enter einfach hier das Passwort verändern. Hier steht Change Password for the Pi User und ja, das passt mir. Pi kann ja weiterhin der Benutzername bleiben. Ich drücke einfach Enter und muss jetzt sozusagen ein neues Passwort eingeben. Mit OK bestätige ich und jetzt habe ich hier in meinem Terminal New Password Doppelpunkt und dort gebe ich eben das neue Passwort ein. Das heißt, ich gebe es zwar ein und es wird mitgeschrieben, jedoch ist es nicht sichtbar. Jetzt kann ich mit Enter bestätigen. Dann muss ich es ein zweites Mal eingeben und habe dann damit die Möglichkeit, das Passwort zu bestätigen. Jetzt steht hier, dass das OK ist und mit OK kann ich nochmal bestätigen. Mit der Tabulator-Taste komme ich nach unten und kann über Finish bestätigen. Mit Sudo-i mache ich mich übrigens immer zum Super-User. Im letzten Schritt installiere ich mir jetzt Pi-Hole. Das gelingt mit diesem Befehl, den kann man sich kopieren und einfügen, mit Enter bestätigen und dann wird eben Pi-Hole installiert. Das wird heruntergeladen auf den Raspberry Pi und dort direkt mit diesem Befehl vollständig installiert. Das heißt, wir warten jetzt einfach, bis die Installation fertig ist. Für die vollständige Installation sind jetzt noch einige Sachen notwendig. Ganz links oben steht ganz klein Welcome und in der Mitte eben, pass auf, das ist ein netzwerkweiter Blocker. Denn theoretisch könnte man mit dem Pi-Hole alles blocken, also auch Facebook und Co. und nicht nur die passenden Werbe-URLs. Mit OK bestätige ich das und jetzt steht hier noch, dass das gratis ist, aber ich kann das unterstützen. In meinem Fall habe ich das schon, also OK. Das ist aber kein Muss. Das heißt, ich muss sozusagen im nächsten Schritt auf meinem Router festlegen, dass mein Pi-Hole eine statische Adresse bekommt. Weil sonst ist das nach jedem Neustart ein Problem. Wie man das einstellt, ist natürlich von Router zu Router verschieden. In meinem Fall hier steht jetzt auch der Raspberry Pi mit der passenden IP-Adresse hier unter permanent drinnen. Das heißt, jedes Mal, wenn sich dieser Raspberry Pi neu verbindet, bekommt er genau diese IP-Adresse und keine andere. Damit ist das für mich OK und ich habe das auch so eingerichtet. Dann kann ich mit OK bestätigen. Und jetzt ist noch die Frage, welchen DNS-Provider ich denn hier verwende. Es gibt hier verschiedene eben und es ist grundsätzlich mal egal. Ich kann auch den von Google nehmen oder den OpenDNS. Je nachdem, die sind alle ganz in Ordnung. In diesem Fall lasse ich mal Google. Mit der Tabulator-Taste rutsche ich wieder nach unten, kann mit OK bestätigen. In meinem Fall gibt es jetzt hier schon eine Liste, die möchte ich aber nicht einspielen. Und mit der Leertaste kann ich das Sternchen weggeben. Mit dem Tabulator wieder auf OK wechseln. Und im nächsten Fall ist dann die Frage, welche Protokolle denn darüber laufen soll. Ich lasse beide Protokolle. Daher lasse ich das genauso und wechsle wieder auf OK. Und dann wird im Prinzip schon angezeigt, was denn hier eingestellt wurde. Bei mir die IP-Adresse mit dem Port 24 und das Gateway, also mein Router. Das passt alles. Ja. Und im letzten Schritt hier noch der IP-Konflikt. Der betrifft mich nicht. Ich kann mit OK bestätigen. Und jetzt ist noch die Frage, ob man das Admin-Interface mit installieren will. Das ist auf jeden Fall zu bevorzugen, denn dann hat man nicht nur schöne Infografiken, sondern kann auch diverse Einstellungen ein- und ausschalten. Und zwar ohne sich via SSH auf dem Raspberry Pi einzuwählen. Also auch hier ON und OK. Und auch hier lasse ich das Ganze auf ON. Ich möchte gern die Log-Files auslesen können, also die Queries, also die Zugriffe, auf welche Seite denn hier zugegriffen worden ist. Lass das auch auf ON, sonst macht das Ganze keinen Spaß. Und hier kann ich noch auswählen, ob wirklich alles gezeigt wird oder ob das auch ein wenig versteckt ist. Ich möchte gern alles angezeigt bekommen. Wenn man das hier in der Schule oder im Unternehmen einsetzt, dann sollte man auf jeden Fall den Anonymous-Mode einschalten, weil sonst gleicht das einer 1 zu 1 Überwachung, welche Seiten aufgerufen werden. Also hier auf OK. Und dann wird der restliche Schritt ganz von allein installiert. Nachdem die Installation fertiggestellt wurde, also einige Sekunden später, wird mir hier noch angezeigt, was jetzt alles gemacht wurde und dass auch ein Installations-Log vorhanden ist in dem Ordner Pi-Hole. Was für mich ganz wichtig ist, ist das Passwort für die Admin-Seite. Das sollte ich mir auf jeden Fall mal kopieren und irgendwo beiseite legen. Darüber hinaus, das Pi-Hole ist so zu erreichen. Das heißt, in meiner Browser-Zeile gebe ich einfach entweder pi.hole.admin ein. Wenn das nicht funktioniert, geht das auch über die IP-Adresse. In meinem Fall ist das die hier. Und nach dem Eingeben komme ich dann auch schon direkt auf die Seite. Und hier steht eben, wie viele Queries gibt es denn aktuell, wie viele sind geblockt worden und so weiter. Ich habe noch keine Domains auf meiner Blog-List, weil ich die ja nicht standardgemäß mitinstalliert habe. Ich kann hier über Login nun auch dieses Passwort eingeben und mich sozusagen als Administrator authentifizieren. Im letzten Schritt muss man jetzt noch Domains auf die Blog-Liste setzen, damit eben diese auch blockiert werden. Bevor ich nun die Domains auf die Blog-Liste setze oder die Blog-Liste ergänze, muss ich noch meinem Router sagen, dass er die DNS-Abfrage beim Pi-Hole als erstes macht und erst dann mal andere DNS-Server befragt. Denn dann liefert der Pi-Hole die passende Antwort. Beispiel, ich möchte gern so eine Werbeseite aufrufen, also unfreiwillig natürlich. Und danach wird mein Router zuerst mal das Pi-Hole fragen. Hey, kennst du diese, also kannst du die DNS irgendwie auflösen? Kannst du mir sagen, was da dahinter steckt? Und das Pi-Hole reagiert dann mit, ja, ich weiß es und du darfst. Oder nein, ich weiß es nicht und du darfst. Dann wird die DNS-Anfrage weitergeleitet, dann an einen anderen DNS-Server. Oder es könnte auch sein, ja, ich kenne das, aber du darfst nicht. Und dann wird die Seite eben nicht aufgerufen. Und das führt dazu, dass eben zum Beispiel Werbung oder Tracking einfach unterbunden wird, denn es wird gar nicht erst geladen. Hier in meinen Einstellungen vom Router kann ich also hier eine Primary and Secondary DNS einfügen. Und da werde ich jetzt einfach mal die IP-Adresse meines Raspberry Pi eintragen und mit Save bestätigen. Hier ist ja noch angemerkt, dass viele Router nach diesem Schritt einen Neustart erfordern. Meiner zum Beispiel sagt es nicht mal, aber er braucht unbedingt einen Neustart und dann klappt das auch. In der Zwischenzeit, seit der Installation, hat mein Computer schon allerlei Dinge ins Internet geschickt. Ich sehe hier 204, 205, das ist sogar live, Anfragen von fünf verschiedenen Clients. Also das heißt, meine fünf Geräte, die hier im Netzwerk herumfunken, haben schon Anfragen gesendet, obwohl ich eigentlich sonst gar nicht im Internet unterwegs bin. Hier im Query-Log kann ich dann auch nachschauen, was denn da so angepingt wird. Und da sehe ich zum Beispiel SharePoint.com. Das wird wahrscheinlich mit OneDrive zusammenhängen, aber auch Adobe funkt einfach in der Gegend herum. Und da gibt es dann allerhand Dinge, die man hier sehen kann. Damit mein Piehole auch ausreichend versorgt ist und viele Domains eben auf der Blocklist führt, muss ich dem Piehole erstmal einige beibringen. Dazu gehe ich hier unter Group Management ganz unten auf Add Lists. Und hier können dann die verschiedenen URLs eingegeben werden. Natürlich kann ich die jetzt manuell eingeben, aber das macht keinen Spaß. Deshalb habe ich hier auf GitHub verwiesen. Hier gibt es einige Listen, die man sich einfach herunterladen kann. Das heißt, ich nehme einfach die, die ich hier gerne haben möchte. Da habe ich zum Beispiel eine Liste mit Tracking. Und da sehe ich am Ende steht immer .txt. Das heißt, das ist eine Textdatei. Wenn ich die mal aufrufe, die ist im Prinzip einfach so, dass das eine ganze Liste ist mit verschiedenen Domains und IP-Adressen und so weiter. Und die ist sehr, sehr lang. Die muss ich nicht alle einzeln eingeben, sondern ich kann hier einfach per Copy und Paste alle nach der Reihe eingeben. Normalerweise ist hier automatisch ein Leerzeichen, denn nur dann werden die verschiedenen erkannt. Zum Schluss mit Add noch hinzufügen. Und schon bekomme ich die Meldung ab der Version 5 hier, dass das alles super geklappt hat. Und das sind jetzt alle möglichen Sachen. Und hier könnte ich dann auch die jeweilige Liste immer disablen oder enablen. Kann ich mir zum Beispiel eine Liste anlegen mit gewissen Social Media Diensten, die vielleicht in der Familie zum Abendessen nicht aktiv sein sollen. Und dann kann ich mir die hier ausschalten und plötzlich funktioniert dann von Instagram bis TikTok einfach nichts mehr. Zum Schluss, weil hier noch keine Domains auf der Bloglist sind, muss ich diese unter Tools mit einem Update Gravity versehen. Hier klicke ich einmal auf Update und dann wird das eine kleine Zeit lang dauern. Dann werden die ganzen Listen sozusagen entpackt und im Piehole ersichtlich. Und im nächsten Schritt ist dann mein Piehole mit, sagen wir, diesen Listen nun ausgestattet. Es gibt dabei aber noch ganz viele andere, wie zum Beispiel Fake Shops und Abo-Fallen oder Werbung, Mailware, Phishing. Und ich möchte mir so einige Listen auf meinem Piehole hinzufügen. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch meinen Router nochmal neu gestartet und jetzt läuft das Piehole auch. Und in meinen Listen ist zum Beispiel Google Analytics mit drinnen. Das heißt, sämtliche Dienste, die irgendwie mit Google Analytics zu tun haben, werden von meinem Piehole automatisch blockiert. Das heißt, ich bin zu Hause im Prinzip in einer kleinen Blase, wo ich keinen Zugriff auf Google Analytics habe. Nachtesten gelingt über die Google-Suche. Ich gebe hier mal Google Analytics ein und suche mir dann gleich die erste Seite heraus. Google Analytics, klicke drauf und dann steht hier, die Website ist nicht erreichbar, obwohl ich ja ganz genau weiß, dass diese Website eigentlich erreichbar sein sollte. Das liegt hier einfach am Piehole, denn in meiner Liste ist analytics.google.com drinnen und wird blockiert. Jetzt könnte ich das natürlich auf eine Whitelist setzen, was aber in meinem Fall keinen Sinn macht, denn ich möchte es ja nicht auf eine Whitelist setzen. Wenn ich dann trotzdem aufgrund von Arbeitssituationen oder Recherche auf analytics.google.com zugreifen möchte, kann ich das Piehole einfach deaktivieren und meine Zeit aussuchen. Ich nehme hier einfach mal das erste, das deaktiviert das Piehole so lange, bis ich wieder sage, dass es aktiv sein soll. Und dann gelingt auch die Eingabe von analytics.google.com. Mit Enable läuft dann das Piehole wieder, aber es kann schon ein paar Sekunden dauern, bis das Ganze wieder anläuft. Ja, grundsätzlich muss man jetzt nur noch zwei Dinge beachten, und zwar als erstes mal den Raspberry Pi up-to-date zu halten. Das heißt, ab und zu verbinde ich mich über SSH und führe ein sudo-upget-update aus, beziehungsweise das gleiche mit Upgrade. Und auch auf dem Piehole Admin Center hier, da gibt es ganz unten immer die aktuellsten Versionen, und zwar von Piehole, Webinterface und FTL. Und da kann ich dann auch draufklicken, um nähere Informationen zu erhalten, wie ich dieses Update installiere. Grundsätzlich gibt es dafür einen Befehl, den findest du ganz einfach in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung abschließend ist auch der Link zum Blogbeitrag. Dort wird nochmal Schritt für Schritt erklärt, wie das hier im Video gezeigt wurde, aber halt in schriftlicher Form. Viel Spaß mit deinem Piehole und bis zum nächsten Mal.